So, da seht ihr mal wie ein R8 vorne foliert wird, also schön abgeklebt, dass wir hier wie im OP sein. Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder der Kai, heute zeige ich euch was wir an dem R8 so gemacht haben. Hier haben wir nämlich die Xperl Ultimate Plus sehr viel verklebt, natürlich auch an den Carbon Oberflächen, die sehr anfällig sind. Ja, des Weiteren hier innen haben wir uns auch ein bisschen verewigt, damit der Kunde immer an uns erinnert wird. Ja, des Weiteren wurde Glass Coating Ultra auch verwendet an Türen oder am Rest des Fahrzeugs. Die komplette Front inklusive der Spiegel ist auch mit der Xperl Folie geschützt und foliert. Und die ist umgelegt, die Folie, sodass man sie überhaupt nicht von außen sehen kann. Die Embleme haben wir auch von Chrom auf Schwarz getauscht. Sieht ein bisschen sportiver aus, die Felge sind versiegelt. Auch die unteren Schwelle, Carbon Teile, sind mit der Folie abgezogen. Hier kann man ja die Folie nicht erkennen, weil sie komplett umgelegt ist. Und ja, ich glaube hier, dass es uns gut gelungen und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch Spaß. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017